Wer bist du? Warum hast du die besten Produkte? Die Frage stellen sich deine Kunden immer wieder und sie suchen Antworten darauf auf deiner Über-mich-Seite. Wie sollte jetzt also diese Seite aufgebaut sein, um deine Kunden davon zu überzeugen? Und wie kannst du das dann in WordPress umsetzen? Die Frage beantworte ich dir in diesem Video. Die Über-mich-Seite ist eine der meist gelesenen Seiten. Auf jeder Webseite, die ich erstellt oder betreut habe. Die muss stimmen. Die Frage, die du dir immer stellen musst, bevor du eine Seite erstellst. In welcher Situation kommen Menschen genau auf diese Seite? Haben die vorher meine Startseite gesehen und sind noch so ein ganz kleines bisschen unsicher? Haben die einen Blogartikel gelesen und überlegen jetzt, soll ich da weiterlesen? Wer ist denn diese Person? Oder sind die vielleicht aus Social Media direkt auf meine Über-mich-Seite gekommen? Und wenn ja, warum? Denn aus meiner Praxis als Webdesignerin kann ich dir sagen, keine Sau verlinkt von Social Media auf die Über-mich-Seite. Die Frage behältst du einfach mal im Hinterkopf. Denn wenn du die Menschen nicht in der Situation abholst, in der sie gerade sind, dann verkaufst du denen überhaupt nichts. Wir erstellen gemeinsam die Über-mich-Seite hier auf neu, Seite, benennen wir gleich richtig, speichern und mit dem Elementor bearbeiten. Das ist übrigens wieder ein guter Moment, um dein Style-Sheet zu holen und neben deine Tastatur zu legen. Im Elementor sieht das noch nach ganz wenig aus. Wir suchen uns eine passende Vorlage für die Über-mich-Seite. Hier in der Bibliothek gibt es davon ganz viel. Wir müssen das auf Englisch suchen, da heißt das About. Da gibt es aber tatsächlich jede Menge Auswahl. Ich würde gern mein Template nehmen, hier das Über-mich. Das füge ich ein. Die Seiteneinstellung möchte ich nicht importieren. Los geht's. So sieht meine Über-mich-Seite aus. Oben mit einem schönen Header. Das ist ein Bild von mir. Dann ein bisschen Text. Ein kleiner Call to Action. Noch ein paar Kundenstimmen. Die Geschichte. Und wir schließen ab mit einem weiteren Call to Action. Und da gehen wir jetzt mal ran. Das Header-Bild kannst du hier tauschen. Einfach mal da anklicken auf Stil. Und da könntest du dir genauso gut jetzt ein anderes raussuchen. Aber immer aufpassen, dass hier die Position stimmt. Also oben Mitte und zum Beispiel nicht unten rechts. Jetzt hat das nämlich hier unten rechts die Fixierung. Und wenn ich das jetzt auch noch auf mobil anzeigen lasse. Schwierig. Also wo soll's hin? Oben Mitte, wo auch mein Gesicht ist. Das passt wunderbar. No Repeat. Größe ist Cover. Und als allerletztes immer noch mal kontrollieren, ob das mobil auch gut aussieht. Und ich finde schon. Dann sind wir mit dem Header nämlich auch schon fertig. Dann kommt so eine kleine Überschrift. Wer bist du? Was machst du? Wem hilfst du eigentlich? Und das musst du natürlich austauschen. Also das können wir so auf keinen Fall stehen lassen. Das ist eine Texthilfe, die ich in meine Vorlagen gesetzt habe. Das würden wir jetzt löschen und da reinschreiben. Ich bin Mareike, Webdesignerin für Webseiten, die verkaufen. Wunderbar. Und dann habe ich das hier so ein bisschen in so eine Dreifaltigkeit untergliedert, dass man einfach nicht so viel Fließtext hat. Das wird natürlich jetzt auch ausgetauscht und angepasst. Hier einfach mal anklicken. Kann man austauschen. Ist ja auch nicht jeder Speaker. Und diesen wunderschönen Lorem Ipsum Text, den will jetzt auch nicht jeder haben. Einfach hier komplett markieren und mit Steuerung V bitte deinen schon vorbereiteten Text da reinbringen. Dann habe ich hier diesen Call to Action. Der ist auf diesem wunderschönen, fröhlichen Grau. Und das ist jetzt nicht für jeden das Richtige. Dann gehen wir mal hier auf die Spalte und auf Stil. Und da sehen wir schon das Grau. Und wer das nicht möchte, der kann das in die eigene Markenfarbe ändern. Oh, jetzt sehen wir direkt zwei Sachen. Erstens, das hat ja ganz abgerundete Ecken. Wie geht denn jetzt das weg? Hier auf Rahmen kann man den Eckenradius einfach rausnehmen. Dann sind die eckig. Oder man kann den ganz groß machen. Dann sind die rund. Oder das geht auch. Man nimmt mal hier die Verknüpfung raus und macht einen ganz groß und den Rest klein. Und dann ist das ein asymmetrisches Teil. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein Text, der tatsächlich lesbar ist. Dann klicken wir den Text an, gehen auf Stil und nehmen hier die weiße Farbe mal raus. Das der wieder machen wir hier auch. Übrigens, Stil nehmen wir raus. Den Button, den verknüpfen wir noch. Zum Beispiel auf die Sales Page. Wunderbar. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch mobil kontrollieren. Hier also mobil anschauen. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Das hier ist zentriert. Das mag ich überhaupt nicht. Das hat so viel Unruhe. Das würde ich linksbündig machen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Auch das hier sieht gut aus. Und das Einzige, was mir noch nicht gefällt, ist, dass das hier so angeditscht ist. Und dann gehen wir hier oben mal hin und holen uns einen kleinen Abstand. Hoppala. Den kann man hier auch noch verändern. Und dann sind wir mit dem Element schon fertig. Als nächstes Element kommen hier jetzt Kundenstimmen. Und da seht ihr jetzt schon wieder, das ist weiß und gelb. Also ich habe hier wieder mit einer Farbigkeit gearbeitet. Hier Foto, weiß, gelb, weiß, gelb. Bedeutet, diese Balken, das sind Schmuckbalken, die habe ich in meiner Farbe eingefärbt. Die müssten natürlich jetzt individuell angepasst und geändert werden. Immer darauf achten, dass der Abschnitt hier gestreckt ist. Sonst geht die Farbigkeit nicht von ganz links bis ganz rechts. Hier auf Stil könnte man die natürlich in jeder beliebigen Farbe machen, auch in so einem frischen, fröhlichen Grau. Und da, das ist auch wieder ein Hilfstext, den würde ich ersetzen gegen Kundenstimmen. Wenn du da nichts hast, schmeiß das einfach raus. Rechte Maustaste, löschen, Attacke. Hier kommen die Kundenstimmen rein und auch da würde ich für mich einfach überlegen, könnte ich das vielleicht in einer schöneren Farbe zum Beispiel hier in dem Koralle einfärben und auch das in dem Koralle einfärben. Dann natürlich hier anklicken und den Text ändern. Auch hier Text ändern. Und dann, jetzt zeige ich nochmal was, übrigens auch hier die runden Ecken. Wieder auf die Spalte klicken, auf Stil. Die runden Ecken könnte man hier bei Rahmen rausnehmen, will ich aber gar nicht. Und jetzt zeige ich noch was. Ich gehe mit der rechten Maustaste drauf, gehe auf Kopieren, Stil einfügen, rechte Maustaste, Stil einfügen und auch bei dem Namen, ich gehe hier drauf, Kopieren, Stil einfügen, Stil einfügen und schon habe ich da ein ganz individuelles Element. Ich könnte jetzt auch noch hier einfach duplizieren, dann habe ich vier Kundenstimmen oder ich lösche zwei, dann habe ich nur noch zwei. Genauso gut. Als letztes wieder schauen, wie sieht es mobil aus. Wunderbar, die Kundenstimmen hier. Lass mal so. Jetzt kommt deine Geschichte. Wer bist du? Was macht dich aus? Was ist das Spannende an dir? Wie bist du da hingekommen, was du machst? Und damit meine ich nicht, schreib mal 17 Seiten Fließtext darüber, wer in der ersten Klasse neben dir gesessen hat. Nein, sondern wirklich ganz quick and dirty. Wie bist du die Beste geworden in deinem Gebiet? Warum bist du die gute Wahl für deine Kunden und niemand sonst? Was man immer machen kann, ist, einen Link da einzufügen auf so eine Special Extended Edition. Und da kann man dann wirklich die ganze Geschichte nachlesen in der kompletten epischen Länge, falls du Lust hast, die zu schreiben. Ansonsten würde ich mich da hier relativ kurz halten. Was man noch machen kann, wenn deine Geschichte nicht so lang ist, tauschst du einfach dieses Element aus gegen ein Bild oder ein Video. Hier einfach in den Elementen ein Bild reinholen, mit der rechten Maustaste den Text rauslöschen, hier das Bild einfügen, dann nehme ich wieder mich. Ich könnte dem Ganzen jetzt gerne ein bisschen weniger Raum geben, damit der Text einfach mehr Platz hat. Und schon sind wir damit auch schon fertig. Als letztes kommt der Call to Action, nämlich Lerne mich kennen. Hier unverbindliches oder kostenloses Vorgespräch buchen. Das würde ich dann da auch einbinden, nämlich direkt wieder auf die Seite. Da ist sie, wird sie auch schon angezeigt. Und wunderbar. Hier kommt's hin. Lerne mich kennen. Hier kostenloses Vorgespräch buchen. Kurz noch mobil überprüfen. Klasse. Letzter Double-Check zur Über-mich-Seite. Macht die Über-mich-Seite bitte nicht so voll. Hangelt euch auch da am Verkaufsprozess lang. Was sind wirklich die Punkte, die ihr nochmal belegen wollt? Zeigt, dass ihr Experte seid. Also Experte für das eigene Gebiet mit Ausbildung, Meisterbrief, allen Zertifikaten mit Expertenwissen und Erfahrung. Zeigt eure Kunden. Dafür sind die Kundenstimmen da. Und natürlich Experte im Prozess. Ihr wisst ganz genau, wie man das Ganze dann auch noch im Hoppserlauf abarbeiten kann. Und trotzdem kurz bleiben und bei den teuren Dienstleistungen immer auf die Sales-Page nochmal weiterverweisen. Und am Ende Double-Check mit dem Footer. Wenn da kein Vorgespräch gebucht wird, wird im Footer eine passende Alternative angeboten. Zum Beispiel erstmal den Newsletter abonnieren oder erstmal die beliebtesten Blogartikel lesen. Dann bleiben nur noch die Formalien, nämlich hier oben auf die Widgets. Da gibt es auch einen kleinen SEO-Bereich. Und da würde ich zumindest das Snippet ändern. Und zwar hier, das soll ein ganz toller Text werden. Ich bin Mareike, Webdesignerin für Webseiten, die verkaufen. Ja, das ist schon ganz in Ordnung. Und so gefällt mir es schon ein bisschen besser. Da sieht man, jetzt wird das auch grün und schon ist das prima. Du hast noch mehr vor mit deiner Webseite? Alles, was du wissen musst, zeige ich dir in meinem Kanal. Abonniere einfach und verpasse kein Video mehr. Na dann, bis zum nächsten Tutorial.